Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac und ich habe euch etwas echt episches mitgebracht. Hammermäßig. Pokémon-Sammelkarten-Spielbereich, das so ziemlich fast die epischsten Produkte, die ihr bekommen könnt, kosten leider eine ganze Stange Geld. Dafür halten sie aber auch meistens das, was sie versprechen. Ihr werdet gleich hammermäßige Boxen sehen. Falls ihr auch Pokémon-Karten sucht, jeglicher Art www.legicards.de ist immer eine gute Anlaufstelle, um Pokémon-Kartenprodukte jeglicher Art zu kaufen. Ich glaube, die haben hauptsächlich sich beschränkt auf deutsche Pokémon-Karten. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob sie englische Produkte auch anbieten. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal mit dieser Box hier. Ich zeige euch beide aber eben im Bild. Wir öffnen eine in diesem Video und die andere im nächsten, denn sie sind einfach viel zu groß. Ja, es passt nicht mal. 50% der Box passen hier nicht mal drauf. Ähm, Ultrabiest GX Premium Collection. Schaut es euch an. Buzzwole, also, ähm, wie heißt der nochmal? Mosquito GX als Promokarten-Version. Ultrabiest und Yuki Tree GX plus eine riesige Playmat plus 8 Booster plus eine XXL-Promo und so weiter und so fort. Die Playmat dort drin ist auch echt cool und ist meistens schon der Kaufgrund, warum man sich sowas hier besorgen sollte. Diese Produkte, sowas hier, kostet 50 Euro, circa. Und es gibt es leider nur auf Englisch und ihr erhaltet darin aber wirklich 8 Booster-Packs, 2 coole Promokarten und eine Spielmatte. Also, da kann man nicht meckern. Das finde ich ist vollkommen in Ordnung. Und diese Box öffnen wir heute. Und diese Box öffnen wir beim nächsten Mal. Ultrabiest GX Premium Collection Nr. 2 mit dem Pheromosa GX und dem Celestella GX. Ebenfalls ungefähr gleiche Sachen drin. Auch coole, ja, coole Playmat. Und natürlich auch eine XXL-Karte. Aber nun bleiben wir mal hier bei einer Box. Denn sonst überfordere ich mich selbst. Das ist so riesig, das Teil, das glaubt ihr gar nicht. Wow. Da seht ihr es so ein bisschen. Das kriege ich echt zero hier drauf. Hier sehen wir aber schön die Inhalte. Und welche, was alles auf der Playmat drauf ist. Und was sich da abspielt. Und das finde ich echt Hammer. Ich dachte nämlich zuerst, okay, vielleicht ist es nur ein Mosquito drauf. Nur das Mosquito drauf. Das wäre nicht ganz so meins gewesen. Aber dort ist Schlinking, Katagami und dieses coole Yuki Tree oder sowas mit drauf. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir. Denn Mosquito ist nicht unbedingt mein Lieblings-Ultrabiest. Jedenfalls haben wir dort drin acht Booster-Packs. Also, Leute, los geht's. Hammermäßig. Ich kann's nicht erwarten. Wenn wir darin gute Pulse machen, ist das für mich alles eine Art Geschenk. Und nicht selbstverständlich. Hammermäßig. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. So. Plastik an die Seite. Diese Art Boxen kriegt man eigentlich ganz gut auf. Die haben nämlich hier an der Seite ganz normalen, ganz normalen, ja, Griff oder ganz normale Öffnung. Eine vorgefertigte. Da kann man dann das ganze Plastik-Konstrukt rausziehen. Und das passt auch nur so gerade eben hier hin. Hammermäßig. Innen drin ist das ganze Teil übrigens so lila. Wie so ein Ultra-Hole. Sehr cool. So. Plastik. Plastik, Plastik, Plastik. Wir... Okay. Okay. Geschafft. Nun muss ich die heikelste Aktion seit Menschengedenken lösen. Nämlich die GX-Karten rausholen. Das Yuki-Tree sieht gut aus. Und, 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 und. Meine größte Sorge. Sehr gut. Ja. Also, für die Art Verpackung ist das echt ordentlich. Sehr gut. Und die Coin natürlich. Die nice Münze. Wie ich euch auch gleich noch zeige. Alles aus mirster Nähe. Immer mit der Ruhe. Das ist ziemlich viel Zeug. Und ich muss einmal die GX ein bisschen biegen. Denn die waren echt schlecht da drin verpackt. Diese GX. Bei dieser Art Boxen, meiner Erfahrung nach, sind die ein bisschen besser noch da drin verpackt, als in den Ferromosa GX Collections. Premium Collections. Aber, ja. Also, außer dass die so ein bisschen gebogen sind, sind sie ja in gutem Zustand. Also, sie haben keine Knicke. Die sind nur irgendwie so gebogen. Und das ist die Hauptsache. Knicke ist nämlich nicht so meins. Damit kann ich nichts anfangen. Sehr schön. Die zeige ich euch gleich aus aller nächster Nähe. Die XXL-Karte würde ich jetzt gerne als nächstes erstmal hier rausbefördern. Da haben wir sie. Sehr schön. Schon mal in den Hintergrund. Das ist ja ganz klar. Das ist Masquito GX. So. Wow. 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 Ein Online-Code erhalten wir natürlich auch. Und jede Menge Booster-Packs. Und jede Menge ist auf jeden Fall nicht untertreten. Übertreten. Genau. So. Und nun noch die Planet hier raus. Acht Booster-Packs. Und diese coole Spielmatte. Hammermäßig. So. Acht Booster-Packs. Zwei Aufziehen der Sturmrütte. Einmal Nacht in Flammen. Einmal Guardians Rising. Also Stunden der Wächter. Sonne-Mund-Basis. Evolution. Schicksalsschmiede. Schicksalsschmiede. Und Rawling Skies. Hammermäßig. Hier die XXL-Promo. Buzzwall GX. Dieser Online-Code hier hinten schaltet definitiv diese beiden Promos online frei. Und nicht mehr, nicht weniger. Wahrscheinlich noch diese coole Coin, die ich euch jetzt versuchen werde zu zeigen. Eindeutig die Silhouette von Mosquito. Ein sehr, sehr dunkles Rot. Deswegen auch schwer hier irgendwie einzufangen in dieser Kamera. So. Und genau die Acht Booster. Und das hier Leute. Ich werde es für euch einmal auspacken. Und dann auch wieder ordentlich später verpacken. Denn diese Playmates sammle ich. Die sind wunderschön. Und das Problem ist, die passen nur hier nirgendwo hin. Das ist ein deutliches Manko. Hammermäßig. Hammermäßig. Hier sehen wir Yucca Tree. Sehr cool. Hier das Mosquito sehen wir auch. Ich werde das irgendwie schon hinkriegen für euch. Hammermäßig. Diese leuchtend schimmernden Farben gehen super einher. Oben Katagami mit dem Schlinking. Unten hier steht auch Pokémon International und sowas. Company ist natürlich klar. Muss natürlich drauf. Hier oben auch Pokémon Training Card Game. Sehr, sehr schön. Es gibt kaum eine Playmate, die mich so bisher in diesen fertigen Produkten geflasht hat wie die. Hammermäßig. Echt schön. Nur der Hintergrund, der Banner ist auch, das Banner ist auch schön. Deswegen will ich das jetzt hier nicht, ja, nicht verdecken. Ich rolle die nur ganz sporadisch jetzt einmal ganz kurz zusammen. Und wir können weitermachen mit dem Opening. Diese Playmate ist auf jeden Fall hammermäßig nice und genial. Vielleicht werdet ihr die mal sehen in einem Battle. Was ich hier filmen werde. Das ist gut möglich. Das kann ich mir vorstellen. So. Acht Booster Packs. Hammermäßig cool. Buzz Wall und Yuki Tree. Wir gucken uns die beiden mal an. SM Promo Nummer 69. Sehr cooles Artwork. Ähnelt natürlich dem Aus-Aufziehen der Sturmröte. Genau, wie gesagt, dieses Produkt ist nur auf Englisch erhältlich, falls ihr euch wundert. Also Jet Punch hier, falls ihr es noch nicht kennt, für eine Kampf 30 Schadenspunkte macht dieser Angriff und fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Knuckle Impact 160 Schadenspunkte. Aber dann kann man nächste Runde nicht mehr angreifen. für 3 Kampfenergien und Absorption GX für 3 Energien, ebenfalls für 3 Kampfenergien, 40 Mal. Und dieser Angriff zieht 40 Schadenspunkte für jede von deinen übrigen Preiskarten. Das heißt, umso weiter man zurückliegt, umso stärker ist der GX Move. Und Yuki Tree GX ist SM Promo Nummer 68. Sehr cool, hammermäßige Fähigkeit übrigens. Flashing Head, finde ich. Prevent all damage done to this Pokémon by attacks from your opponent's Pokémon that have any special energy attached to them. Das heißt, er kann keinen Schaden nehmen von Pokémon, an denen Spezialenergiekarten angelegt sind. Heißt, doppelfarblos zum Beispiel, wenn der Gegner einen doppelfarblos angelegt hat, kann es Yuki Tree nichts anhaben. Und Rumbling Vias hier 100 Schadenspunkte. Und man kann die oberste Karte auf dem Deck des Gegners, nicht man kann, man muss, die oberste Karte vom Deck des Gegners auf den Ablagestab legen. Das heißt, er könnte mit einigen Angriffen, zum Beispiel in einem Yuki Tree GX Deck, auch ein Deck Out erleiden. Also keine Karten mehr im Deck haben und damit hat er dann auch das Spiel verloren. Lightning GX für eine Elektro. Dein Gegner zeigt dir seine Hand. Und man kann eine Karte, die man darin findet, als seine Face-Down-Price-Cards legen. Also umgedreht zu seinen Preiskarten. Das heißt, der Gegner braucht noch länger und muss eine Preiskarte mehr nehmen, um dich zu schlagen. Sehr cool. Hammermäßig. Ich finde Yuki Tree sehr, sehr gut. Als GX, beziehungsweise Ultra Beast. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Muss ich sagen. Hammermäßige Promos. Und nun, nach fast 13 Minuten, kommen wir endlich zu den Booster Packs. zu den 8 Stück. Wow. Und wir haben sogar noch ein Roaring Skies Pack. Das finde ich auch echt nice. Denn die gibt es in Deutschland, auf Deutsch kaum noch zu bekommen. Aber in Amerika, auf Englisch, sind die noch erhältlich. Denn die wurden da gereprintet, in Anführungsstrichen. Also haben nochmal eine Auflage bekommen, dass die die drucken können. So, ähm, hier, Pack an die Seite. Das leere. Ich tue mal die, hier so hin. Genau. Code an die Seite. Und, eins, zwei, drei. Denn wir haben hier drin keine Energie. Wir haben Shuppet. Wir haben Glyga, Voltaub, Dunsparce, Spiro, Latios, Spiritlink, Dragonair, und eine Doppeldrachenenergie, sehr schön, eine Spezialenergiekarte. Oh, Skyfield, Reverse, das ist auch echt nice. Für Expanded oder so. Und Skarmory ist die Stern. Die Reverse ist echt gebogen. Das Skyfield, aber nicht schlimm. Fates Collide. Ich mach wirklich einfach hier alles durch, in der Reihenfolge, wie die Sets rausgekommen sind. Bei diesem Opening. Denn wir wollen natürlich auch GX-Karten ziehen. Die EX aus diesem Set hier zum Beispiel, Schicksalsschmiede, interessieren mich leider nicht so sehr. Da stelle ich mir schönere Puls vor, die wir ziehen können. Ich hoffe allerdings, dass wir ein N bekommen, in diesem Pack hier. Das heißt, eigentlich sind die drei Karten, die ich gerade vor die zwei davor schiebe, für mich die interessantesten, beziehungsweise die Reverse, ist auch noch interessant. Courtney, Lavita, Wallaby, Fennekin, Wismar, Ultra Ball, das ist ganz cool, Kabuto, Kangaskhan, Oh, Minchino, und Moltres. Okay, wenigstens eine legendäre Stern. Leider kein N dabei. Okay, 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 okay. Und das nächste Pack, hier mit, Evolutions. Evolutions. So, Code an die Seite. Eins, zwei, drei, vor die zwei davor. Mal sehen, was wir hier jetzt rausholen. Wir haben Match-Shop, Tangela, Fullpicks, eine Feuerenergie, Volthorp, Coffink, Kakuna, Charmeleon, Farfetched, das ist eine Sternkarte, okay, ganz cool. Und die Stern ist Venusar, ich wollte schon GX sagen, Venusar, EX, okay. Sehr cool. Ein EX-Pull, das Bisa-Flor, EX. Hammermäßig. Echt stark, starker Pull. Poison-Powder und Jungle Hammer. Okay. Mal sehen, was uns nun hier bereit, ja, was uns nun hier erwartet. Den Code hier, ach, ich wollte ihn eigentlich ganz woanders hin tun. Wir packen den mal hier hinter, hinter Bustowall und Yorki Tree. Wie heißt nochmal Yorki Tree auf Deutsch? Schreibt es unten in die Kommentare. Das will mir nicht einfallen. ums Verrecken nicht. So. Okay. So rum ist der Code. Das wollte ich wissen. So. Eins, zwei, drei, vier. Was können wir denn alles Gutes aus Sonne-Mond-Basis ziehen? Spiro. Da. Dratini. Kütte Fly. Xinchao. Ein Moralul habe ich hier über Gang von Energie. Aracronite. Spindar. E-Lima. Pikipeck. Und Primarina. Als Sternkartenpull. Das war jetzt nicht so episch, aber das war auch das Pack, aus dem ich mir oft habe, nichts Gutes zu ziehen. Denn die Sets, die jetzt kommen, die finde ich weitaus spannender. Ja, ja. Zum Beispiel Stunden der Wächter finde ich sehr spannend. Hier mit Mudshop, Alolan Geodude, Alolan Geodude, Mudbray, Alolan Sentru, Cotony, eine Finsternes-Energie, Weepimbell, Glalie, Hala und Heliolisk, das ist eine Stern, sehr schön, so wie Salazel. Salazel als Sternkarte, zumindest ein ganz guter Pull, glaube ich, aus Stunde der Wächter. Da gibt es schlechtere Pulls. Burning Shadows und dann Aufziehen der Sturmbräute. Ja, was wünscht man sich auf Nach den Flammen? Natürlich hätte ich gern noch einen Glurak GX Rainbow Rare. Wenn dieses Pack sich mal öffnen lässt. Das war ein Krampf, das war ein Krampf. Code an die Seite, 1, 2, 3, 4, vor die 2, die sich davon befinden. Und hier haben wir Pikachu, sehr schön, Panpour, Cutiefly, Pansier, ein Magikarp, Carp, Carp. und eine Elektroenergie, Kiawe, Simisir, Heatmor, als Reverse. Haben wir Zygarde, das ist auch ein ganz cooles Stern, muss ich sagen. Sehr schön. Und die Stern ist Raichu Holo. Sehr cool. Auch das ein ganz guter Pull, denn Evo-Schock und so sind, ist eine ganz coole Fähigkeit, finde ich. So, Raichu kommt dahin. Eine EX, eine Holo aus sechs Booster Packs, das ist absolut durchschnittlich, also noch nichts Großartiges. Jetzt hoffe ich aber hier, Oh, wir haben ein Moskito-Artwork, das muss definitiv als letztes geöffnet werden. Wir schauen hier bei Amigento zuerst vorbei. Ei, 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 die sind Bombenfest zu die Packs, Bombenfest. Ne. So. Und schwupp. Eins, drei, vier. Und hier haben wir Jangmo-O, ein Chelmed, Selendet, Stali, Skidoo, eine Metallenergie oder Stahlenergie, Devoured Field, Alolan Gravlar, Cinchino, oh, Mawile, das sind ja viele Stahlenergie-Symbole auf dieser Karte. Und die Stern, Gorgeist, Okay. Okay. Also, kurzes Zwischenfazit vor dem allerletzten Booster. Nicht so rosig. Für so viele Booster-Packs sind das schon echt schlechte Pulls. Für so viel, so eine Masse, da habe ich mir Besseres erhofft. Das gebe ich zu. Zumindest ein GX-Pull. Das wäre doch echt schön. Das hier an die Seite. Ups. Ja. Code an die Seite. Und wir schauen, ob da noch was rauszuholen ist. Aus. Haundauer, Pikachu, Skiddo, Starley, Nunmill, und Finsterns Energie, Haunter, oh, okay, das ist cool, Zwillis, Gastrodon, Mankey, und die Stern, Haundum. Okay, okay, das war's, also mit dieser gigantischen Box, und daraus haben wir leider nur Venusaur EX gezogen und Raichu Holo, nicht besonders gut, wenn man 8 Packs öffnet, muss ich sagen, aber diese Promos sind echt episch, und die gefallen mir richtig gut. Yooketree GX und Buzzsprout GX. So werde ich vielleicht noch zu einem Mosquito-Fan, muss ich sagen. Hammermäßig coole Promos. Puls, aber diese Promos echt top, 1+. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, beim Opening, der gigantischen Buzzwall GX Ultra Beast Premium Collection Box, wie auch immer, schlag mich tot, mit dieser verdammt coolen Playmate auf der Schling King ist. Hammermäßig coole Playmate. Genau, die dürfen wir auch nicht vergessen. Euer Pokémanik, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, bis dann.